hallo leute herzlich willkommen zurück bei minecraft in feed the beast infinity irgendwann kriege ich das noch mal hin ja wir sind beim letzten mal stehen geblieben bei den beschaffung für die sekme so also den haben wir fertig den sterling generator und wir wollten hier die das sekmalwerk machen wir haben uns die drei feuersteine besorgt gehabt wir haben den kolben wir haben es eisen ja so nein uns wird der und der und dafür machen wir das wir brauchen nur einen davon oder ja wir brauchen noch einen zweiten davon okay regierungsschmelze können wir noch eben drei öfen machen weil dann haben wir das auch mit dann können wir uns eben den ein kriegen wir den machen wir jetzt noch nicht so rein wir machen erst das mal weg so jetzt nicht so ach weil wir uns das ding noch nichts bin aber auch heute wieder wieder gut drauf ja zwei stück nehmen wir so so was fehlt nichts oder kolben eisen es fehlt eisen ein ein gammeliges eisenfeld ja dann gehen wir uns den eisen holen ach leute ist doch nicht so schwer ein eisen 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 das nam ping jong hier bei allem glück finden wir jetzt wieder nichts ich würde jede wette eingehen dass wir bei meinem glück hier einfach mal nichts finden Ja, Zinn. Zinn. Kohle. Blei. Komm, haben wir die Kohle weg? Vielleicht ist da Eisen... Wenigstens haben wir die bei. Ist da Eisen hinter oder so? Ja. Hä? Wenigstens das. Meine ganzen Quatsch hier weg. Ich wollte schon sagen, also bei einem Eisen wäre ich jetzt völlig ausgerastet. Das wäre mir nicht genug gewesen. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Das liebe Ei. Das Skelett hört sich aber auch schräg an. Äh, so. Einer fehlt. Dann behalten wir den Rest mal. Draußen ist dunkel. Das sind Monster in der Nähe. Wow. Äh. Ja. Nicht wenig. Ich bleib drin. Ich hab nicht schon wieder Lust zu sterben. Nö, nö. Das mach ich nicht. Darauf lass ich mich nicht ein. Äh, nein. Falscher Knopf. So. Zeig mir. So. Jawoll. Da ist er. Klack. Dann können wir den da runter. Die da runter. Und. Äh. Ja, wir stellen das Ganze hier. Ja, genau. Was? Was? Okay, das ist neu. Das kenn ich noch nicht. Dann so. Klack. Äh. Truhe. Äh. Äh. Die setzen wir daneben. Äh. 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 Haben wir noch Holz? Nein. Äh. 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 Zwei. Noch drei Kisten. So. So. Wofür? Eine kommt da drauf. Eine kommt hier neben. Und eine kommt hier vor. Äh. Hier kommt die andere hin. So. Äh. Äh. Zu sortieren. Äh. Holz raus. Den raus. Den raus. Den habe ich. Klack. Klack. So. Uran. Den. Blei. Zinn. Kohle. So. Du kriegst die Kohle. Und du kriegst das ganze Material. aber Konfiguration. Du kriegst von oben den Input. Und hast an der Seite den Output. Genau. Oh. Ich könnte das ganze auch automatisieren, dass ich sage, daraus geht dann in den nächsten und aber nö. Nö. Also es gibt Materialien, die müssen nicht direkt verarbeitet werden von anderen. Daher. Äh. 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 Vielleicht wäre es anders ein bisschen klüger gewesen. Da ist es. Äh. Den da rein. Den da rein. Den da rein. Äh. Genau. Weil aus Kies bekommen wir halt. Ja. Die. Den Flint. Und dann sortieren wir mal ein bisschen so. Und das Eisen. Ja ne. So. Und dann passt das. понимest. Oh. Oh. Wo bist du denn? Oh. Oh oder. Oh. Ah. 플. Familie mitgebracht. Erstmal hier, äh... Und den Onkel auch noch. Oh. Ich hasse Spinnen. Ja, komm. Stirb. Oh. Wegen euch hier mein schönes Feld kaputt gemacht. Oh, zwei kleine. Äh... Die machen aber richtig Damage hier. Ja, ich kann schlafen. Juhu. So. Äh... Knochen kann ich auch mit da reinschmeißen. Für Knochenmehl. Genau. Oh. Mit den Brains kann man nix anfangen. Wir gehen raus. Wir brauchen Holz. Oh. Sind wir ein bisschen hochgewachsen. Also brauche ich da erst was anderes. Oh. Skillet. Es hat mich gesehen. Das die da auch immer so stehen müssen. Das verstehe ich nicht. Als wenn die wüssten, was ich gerade vorab. Schrecklich. Oh. Du, 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 du. So. So. Und. Jetzt. noch ein setzling in die arme gefallen so und den setze ich da hin und wir haben den nächsten baum nehmen wir diesmal die ja da werden wir auch noch was dran ändern an der abbaugeschwindigkeit also dieses bäume hoch und also da gibt es von tinkers gibt es die schöne axt und da freue ich mich schon drauf wenn ich die endlich ab tinkers werde ich dann anfangen wenn wir hier endlich unsere wenn wir die anderen sachen fertig haben die von selber backup schön wie heißen sie ja in der io danke und von daher oder verbringe fichte da verbringe das futtern klack rein damit ja hier müssen wir noch ein upgrade rein machen aber alles mit der zeit ja also heißt es mal wieder warten 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 pulverisiertes eisen super komm kohle kannst du später machen machen wir eisen noch zwei und noch vier waren das ok ja ja also das ding ist schon echt gut muss ich ja sagen also gibt zwar noch den pulverizer aber mit der sekme ist mir tausendmal lieber weil die schön schnell das geht schon ist die frage die frage haben wir noch vom kessel haben unser bestiges eisen eisen wo ist es also ablegen 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 wo ist unser eisen hatten wir jetzt gerade gar nichts mehr ok ok bin ich ja froh dass ich da gefarmt habe oder bin ich einfach nur blind ne scheinbar nicht die können wir rausholen und das können wir rausholen äh so ich wollte Legierungsschmelze nein den so wunderschön dann haben wir da noch Kohle 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 was haben wir denn schon alles wir haben die drei wir brauchen vier eisen oder so haben wir so klack super geht doch so klack da rein der hat noch acht komm gib her hier nimm setzlinge zum verbrennen so den da da Bruchstein kriegen Uran kriegen boah herrlich den raus die Feuersteine die da rein so klack 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 so und du Chris Konfiguration Input von oben da machst du ein Output hin und nur offen ja dann so ja dann läuft das auch schon mal Alukies kann es kann er nicht ach ne auch kein Brennstoff mehr dann nehmen wir die neuen ja also mit der Kohle müssen wir uns noch definitiv was überlegen also ich würde behaupten wir brauchen definitiv eine funktionierende Baumfarm den raus das raus das raus das raus so äh äh wir pflanzen jetzt hier noch drei Stück von äh drei haben das schon wieder geschafft so da muss ich kurz was gucken und ich sehe beim gucken wir haben schon wieder die Zeit überschritten ja eigentlich sollen die Parts immer 15 Minuten werden aber ja naja gut ich stelle mich wieder in meine Ecke mach den Blick in die Wohnung und ja diesmal haben wir halt geschafft die Ender-Io-Sachen aufzubauen wie ich sie wollte ne mit dem Generator mit dem Häcksler und mit dem Ofen das arbeitet jetzt auch alle wir machen uns nächste mal Gedanken darum wie wir besser Holz bekommen oder unsere Baumfarm fertig ich denke mal wir gehen da in die Tinkers Construction und äh machen uns diese super Axt und den dicken Hammer dann gehen wir auch wieder auf Farmtour von daher würde ich sagen habt noch einen schönen Tag lasst Likes da in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal euer Pfreak Tschüss Tschüss